So, jetzt habe ich ein bisschen Respekt. Wir müssen ein Grapphorn. Nicht jetzt. Katrin, mal die Klappe halten, bitte. Ich bin nicht wie er selbst. Wir treffen uns in der Katakombe, sobald es möglich ist. Ich hoffe, mit Peter Kiel hat meine Botschaft klar ausgedrückt. Ja, vor allem nervt du mich gerade. Das Viech ist in der Wind. 29er! Dein Schlüssel! Ah Mann, bin ich schnell genug teilweise. Dein Schlüssel! Was ist das? ich bin nicht schnell und ich kann ich nicht einsetzen ja Die Merkert ist der Hälfte. Wow, ich habe ihn? Ich glaube aber nur, dass er das erste war, der wird, der wird noch ein bisschen angepisster sein. Ja, ich wollte gerade sagen, es war nur die Hälfte. Schön wäre es gewesen. Verdammt, das war so schnell genug. Oh my. Oh my. Oh my. Warte mal, da ja, der nicht wirkt. Der hat auf jeden Fall gefressen gerade. Jetzt haben wir ihn. Ich brauche deine Hilfe. 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 Ich brauche deine Hilfe.